So, für all die, die mich bis jetzt noch besuchen können, gibt es einen kleinen Rundgang durch meine Wohnung. Das ist der Gang, vorne zum Wohnzimmer. Hier ist mein Schlafzimmer. Eine super Aussicht, direkt auf den Falken- und Schwanenplatz. Also man sieht hier einen Schwanenplatz, man sieht sogar einen Teil vom See, also das ist eigentlich eine wunderschöne Aussicht. Und dann ist also die Wohnung hier, der Balkon ist auch wunderbar. Wie man sieht, wird hier auch regelmässig von Bienen besucht. Im Hintergrund sieht man sogar noch einen Teil der Museenmauer. Und dann, hier geht es direkt ins Wohnzimmer rein. Ja. Das ist ein Nachschöx-Sie. Das ist ein Versuch. Ja.